Und was treibt dich in die Stadt? Bist du zum Spaß hier oder zum Rumspinnen oder... Nein, ich bin Schauspielerin. Toll, das wird ein Barbie-Reboot. Hi, ich bin Katie. Bin gerade erst wieder zurück und will durchstarten. Haben Sie was vorbereitet? Ich habe natürlich was. Ähm... Katie Kim ist unsere neue Jackpot-Gewinnerin. Viel Spaß bei der Jagd L.A. Ich habe die Rolle definitiv nicht bekommen, also guck nicht so fies. Sie ist mein Jackpot. Was läuft hier bitte? Gubel für Katie? War das so cool, wie sie es angefühlt hat? Das träum ich nur. Was geht denn hier ab? Katie, Sie haben die Lotterie gewonnen. Und wer ein Fehl los hat und sie vor Sonnenuntergang umbringt, bekommt ihren Gewinn. Ganz legal. Ja, aber das ist doch Mord. Doch nicht in Kalifornien. Hier ist es die Chance aufs große Glück. Oh, scheiße, nee. Oh, scheiße, doch. Das geht mir auch durch und durch. Okay, bitte aufsetzen. So eine Scheiße. Wenn Sie mich umbringen, kriegen Sie alles. Also wieso sollte ich Ihnen vertrauen? Behandle Menschen so, wie du selbst behandelst. Oh, wieso machen Sie das? Oh, scheiße, die war dann, Alter. Hol auf die Zwölf. Und, wie sieht's aus? Ich hatte noch was gut. Wir sind die größte Lotterieschutzagentur der Stadt. Jetzt vertraue ich Ihnen. Vielleicht, weil Sie aussehen wie eine Bulldogge, die von einer Hexe gegen ihren Willen in einen Menschen verwandelt wurde. Schon mal gehört? Ja. Wir stecken in Schwierigkeiten, oder? Ja, und wie. Nur nicht den Kopf verlieren! So zinkern Sie denn so. Man nimmt Leuten nicht den Panikraum weg. Wer seid ihr? Jodie Foster? Sie wissen zu viel. Weiß ich gar nicht. Ein Jackpot wie Katie wird es nie wieder geben. Findet sie schon! Cowabunga! Cowabunga! Sie kriegen von uns ein neues Gesicht. Je weniger man sie erkennt, desto sicherer. Na, Alter, hey! Was? Zu sexy?